Musik Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute spielen wir mit Doc Max Duffins und ihre Freunde. La 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 Habt ihr das gehört? Es kommt von hier her. Eine Katze und sie kann nicht mehr runter. Die Arme. Ich werde im Baum klettern und sie runternehmen. Es ist so schwer. Komm kleine Katze, ich hab dich. Komm her. Oh, du bist so süß. Oh oh. Aua, ich kann mich nicht mehr bewegen. Kleine Kätzchen, trink Hilfe. Bitte such jemand. Oh oh. Droh. Ah oh. Ahhhh. Oh, Doc, mach dir keine Sorgen Wir sind für dich da Schnell, schnell Wir kranken mit Ich komme 1, 2 und los Schnell zum Krankenhaus Eben, die Tür Mach dir keine Sorgen, Doc, alles wird wieder gut Jetzt schön atmen Tiefer bitte Wo sind sie nur? Aha, ich habe sie gefunden Ich komme, Halli Danke, Chili Jetzt sehen wir, ob die Füße in Ordnung sind Aua, das ist gar nicht gut Au, sie hat den Bein gebrochen Wir brauchen es im Gips stellen Dafür benutzen wir weißes Play-Doh Fertig Ich bringe dich in dein Zimmer Danke, Staffy Doc muss sich einige Tage ausruhen Aber was passiert mit dem Krankenhaus und mit den Patienten? Kein Thema, sie hat so gute Freunde, dass sie sich um alles kümmern Du sollst jetzt bellen Aha, nochmal Gut Du brauchst ein bisschen Puder Nur ein bisschen Komm schon Und Staffy hat Doc McStuffins den ganzen Zeit überwacht Und ihr allerlei von Sachen gebracht Ich kann nicht mehr Alle haben Doc McStuffins sehr gut behandelt Und sehr viel Zeit mit sie verbracht In ein paar Tagen wirst du wie neu sein Ihr seid die beste Freunde der Welt Vielen Dank für alles Ich liebe euch Oh, wie süß Jetzt ist Kuschelzeit Endlich wieder gesund Hurra Das war's für heute Vielen Dank für das Ansehen Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, vergiss nicht mir ein Daumen nach oben zu geben Und sich an meinen Kanal zu abonnieren Bis nächstes Mal Tschüss